so hallo und alle zur nächsten folge von minecraft waro jemand ist auf dem server drauf ich geh trotzdem drauf denn ich muss langsam mal und ich denke mal nicht dass felsengrad nenni ist unter anderem habe ich mal also er weiß dass ich überhaupt gar keine supplies mehr habe und ja warte ich gehe ein stückchen runter bevor ich mit dem schreib hab nix mehr zum fighten ich werde ein bisschen hier durchsneaken und gucken ob ich ein bisschen gold kriege und mit ein paar leveln noch ein kleines bisschen hier zeug zusammenkriege und ja ja tut mir leid aber erstens gegen ihn bin ich wahrscheinlich sowieso nicht ich warte mal ab was ich so ein bisschen entwickelt demnächst und zweitens ich habe wirklich keine ressourcen mehr ich habe alles verballert alles verballert hoch 10 ich gehe mal davon aus dass er nicht hier in der nähe ist aber ich sneeke trotzdem mal ein kleines bisschen und guck da sich ein gold kommen oder so und ich werde mich jetzt aber auch nur ein bisschen sneakend fortbewegen sicherheitshalber einfach so ich werde ein bisschen durchgraben gold sammeln redstone farmen äpfel vielleicht später auch mal besorgen aber erst abgedaucht und da ist auch schon gold sehr gut redstone sammle ich auch ein aber für level und ich bin immer so paranoid wenn jemand anders noch mit drauf ist es ist irgendwie nicht so schön naja letztens kann ich liegen lassen ich muss mal gucken dass ich irgendwie mein inventar organisiert kriege was kann ich denn raus werfen für gold strings war ich später noch mal benutzen für bögen tralala dies das ähm komm jetzt natürlich gerade mal raus und dann nehme ich mir das gold mit was hier ist es wird nicht so viel sein leider ähm ja ich werde auch keine koordinaten einblenden denn ich werde sowieso vergessen zu zensieren da wo ich die kiste versteckt hatte das habe ich auch vergessen zu zensieren aber das habe ich ja alles schon wieder vernichtet das heißt bringt auch keinem was wer da hingeht und abcheckt der wird feststellen dass nichts mehr da ist und ja es tut mir leid wenn ich eigentlich nicht so arg paranoid sein muss dass ich die ganze zeit sneken muss aber ich mache es aber trotzdem einfach aus prinzip um mir spätere chancen nicht zu vergeigen das kann ja sein also manchmal hat es auch ein bisschen was mit geduld zu tun warum einfach geduldig sein und aushalten und dann im richtigen moment zuschlagen da kann man auch was machen aber wenn ich jetzt so ungeduldig bin einfach jetzt kämpfe ich habe einen goldapfel leute mal im ernst der hält überhaupt nichts hält überhaupt nicht lange kann ich gleich vergessen kann ich mir sparen brauche ich gar nicht hingehen und ja vielleicht mit genauso guten lava stürzen also ich habe schon gefragt wie sieht es aus bark fighten ich so nach drei fights nee ich habe nichts mehr da kann ich mich genauso gleich in lava stellen weil ich keine chance habe zu gewinnen ohne einen apfel der hat bestimmt einen stack äpfel übrig oder so kann ich gar nichts machen das ist aber auch logisch das heißt wenn sie wieder versteckt sich geht einfach nicht kann ich klingt tun das ist das problem so ich werde jetzt ein bisschen runter graben und auf entsprechender höhe dann werde ich bei oder ich werde mich dann wieder hoch zählen so dass ich auf der höhe zehn bin in etwa muss mir die nicht einblenden da geht aber schon bad rock okay dann ja das meiste also 5 6 7 8 9 10 also hier so in der höhe etwa dann kann ich mich hier lang graben und ich hoffe man dass ich auf dauer halt hier ein bisschen was finde ja ich kann aber fackeln benutzen immer mal hier immer da ansonsten bin ich vielleicht erst mal im strip mine und ich brauche keine direkten location wechsel machen ich werde mich einfach oberirdisch er unterirdisch fortbewegen so dass man mich da eigentlich nicht finden kann so nach dem motto und ja das war der plan ich habe jetzt die folge gesehen ist jetzt online gegangen wir sind immer ein kleines bisschen im voraus ich habe die folge gesehen mit oder die reaktion auf die folge gesehen wo kars halt ausgeschieden ist ich finde es cool dass die meisten leute das eher gefeiert haben und nicht deswegen gehatet haben oder so dass er ach gott was war jetzt machen ist das warum gehst du einfach so weil es war ja so ja nicht gezwungen wir haben nicht verloren aber wie auch immer es war so ein bisschen musste halt wegen dem urlaub und ja man muss auch bedenken einige leute sind hauptberuflich sage ich jetzt mal youtuber in dem sinne die würden das vielleicht nicht machen weil wir auch ein sehr sehr großes projekt auch für den kanal generell ist aber kars ist halt hauptberuflich jetzt nicht youtuber ist ein vergleicher zu den anderen auch teilweise ein kleiner youtuber und er hat halt dann für sich entschlossen das zu beenden und dann ist ja auch okay dann schade für mich aber was soll ich da machen und hätten das so gewonnen hätten das so gewonnen a wohnen b wohnen c wohnen d wohnen bis gewonnen naja ich klump mich dann mal hier so ein kleines bisschen durch die man nicht davon aus dass mich halt jemand findet hoffe ich auch manchmal die ganze die sneak zusätzlich noch sicherheitshalber ich möchte das redstone einsammeln und dann möchte ich ein paar sachen noch verbessern ich kann ja beim schwert noch was kombinieren wenn alles gut läuft habe ich sharpness 5 tier schwertfire aspect 2 das wäre natürlich extremst cool ich würde mich aber erst dann jetzt wieder entsneaken und craften wenn felsen gekickt wird und vor allem ist das auch nicht den bogen kann ich theoretisch noch optimieren dass ich nochmal ein punch drauf packe ich denke mal das wird funktionieren und der zeit wo ich jetzt ein paar goldäpfel fahren ja 10 oder 12 sind nice zum fighten oder ich weiß nicht kann natürlich sein dass ich verreckt bevor ich alle benutzen kann kann auch sein habe ich umsonst gefarmt aber es kann auch sein dass wieder so ein kampf wird wie wir die ganze zeit hatten und immer erst dann wenn die ressourcen aufgebraucht wurden hat noch bei logo und minustoot gesehen erst dann ja sind seit wirklich gefallen wir haben keine ressourcen für den ergattert genau ergattert wir haben keine sonstigen ressourcen für den ergattert wir haben nur wenn dann equip aber keine äpfel keine tränke oder was weiß ich und ja gut da bin ich auch gleich schon rausgekickt also offensichtlich gleich da kann ich gekickt werden oh mein gott nein wahrscheinlich nicht also ich bin ziemlich hier am arsch der welt gerade noch unterirdisch und sonst wo versteckt denkt man der wird rauskommen oder so und also runtergekickt okay dann kann ich mal ganz kurz gucken was ich hier mit eventuell armboss machen können klunk eigentlich reicht noch einer mal gucken hoffe mal dass er jetzt nicht erhaltbar hat verliebt aber sharpness 4 fire aspect 5 sharpness 4 kostet 21 level und andersrum kostet 29 level ja ansonsten die hose ja ich habe ja schon protection wir haben die müsste ich mal reparieren aber das hat er nicht so hohe priorität und auf dem bogen wollte ich punch drauf machen oh mein gott das inventar jedes mal weiß ich habe so viele pfeile ich ich habe 100 chicken federn ich habe entscheidungsprobleme ich habe übelste entscheidungsprobleme ich kann man nie sagen ja was soll ich jetzt weg wenn man das behalte ich fortune lohnt sich halt zum abbauen vielleicht wenn du dir irgendwas findest noch mal kohle blöcke habe ich jetzt als brennstoff sich jetzt haben wir dabei in slot enchantment table wenn ich noch einen kleinen bogen machen will für punch dann mache ich ein punch zwei bogen paar fünf punch zwei das ist wichtig der wird auch noch mal repariert dann dadurch schadens 5 aspekt das ist halt so ein mob schwert sag ich jetzt mal wo du mobs kaputt prügelst das will ich kombinieren dass mein mob schwert das mein kampf schwert ich habe viel essen dabei aber ich traue mich irgendwie nix essen mäßig wegzuwerfen komm fäden weg ich habe 1 2 3 4 6 7 ich habe 9 stacks feile ich werde sowieso eh nicht dazu kommen die wegzukloppen oder was weiß ich na gut dann ja also habe ich schon mal einen slot sicher frei ich kann mal probieren einen bogen zu machen und den zu enchanten und dann gucke ich mal ob ich punch kriege dann gucke ich mal was es kostet den punch zwei bogen zu machen weil das wäre tatsächlich noch cool punch zwei bogen deswegen habe ich die strings dabei noch behalten enchantment table ansonsten hier ich habe echt alles dabei klar keine bücherregal und sowas ist ja egal ich will ich will noch ein punch bogen kriegen wir bestimmt hin ich habe power überall drauf schade pass auf schwert zuerst bogen kommt später bogen kommt später schwert mache ich zuerst so wieder eingesammelt wieder eingesammelt und ich versuche wirklich alles mit inventanten rumzutragen alles was ich brauche oh 96 feiti die werde ich auch nicht brauchen kann ich auch hier auch was rauswerfen aber ich bin immer so ein unschlüssiger kleiner sack ich kann mich nie entscheiden und will am liebsten alles behalten und ja sorry gold muss dann halt mal schmelzen ich hoffe dass ich ein bisschen vermehrt mache jetzt was finde auch und ich werde ab und zu halt mal richtungswechsel machen und mich alle veruntertisch weiter buddeln und dies und das eventuell stoßen wir wieder auf gold das müsste hier versteckt sein ich habe gedacht ich bin einfach nur eine richtung ich mache keine strip mindschächte einfach in eine richtung bauen und dann weiß immer niemand wo ich bin da mal eine kurve oder so rein da rechts links und zick zack oder wie auch immer und dann ja brauche ich keine location weg sondern da ist wieder redstone drin gibt ja gut level 21 brauche ich wie gesagt dann habe ich ein scharptes fünf diamant schwert scharptes fünf als back 2 das beste schwert was du kriegen kannst das beste schwert das du kriegen kannst in ganz wahre gut anbreaking können wir jetzt noch argumentieren aber ganz ehrlich du wirst ja nicht kaputt machen einfach nur von von der kampffähigkeit her beste schwert und ich weiß gar nicht ob es überhaupt jemand hat jemand anders zufällig scharptes fünf und ähm und der zwill geht auch drauf dazu wird jemand scharptes fünf denkt man nicht ich bin hier ein bisschen und schlüssig ob der vielleicht zufällig weiß in welche richtung ich rein bin oder so also ich meine die eine folge war nicht mehr online oder will einfach auch nur selbst eine folge aufnehmen weil er halt allein ist kann halt auch sein so ein bisschen und ich mache jetzt einfach einen kleinen wechsel in andere richtung bis ins tripmine oh das sind die aus hey die nehme ich mit aber mit der fortune pickaxe sie konnte sie irgendwo nahmen ich glaube nicht so fischen sie vier und fortune pickaxe noch einer irgendwo nö ah doch da ich wollte gerade sagen kann nicht sein dass es nur ein einzelner war hier ich drehe mal meine sounds ein bisschen lauter einfach von den boxen sicherheitshalber vielleicht noch ein bisschen so jetzt ja hoffen dass das reicht ich gehe mal davon aus dass also wir haben jetzt so ein bisschen kurz vor server schluss und ich gehe mal auf dass jetzt die einzelnen spieler einfach jetzt ihre folgen machen weil sie keinen bock haben vorher gesnipet zu werden das ist die sache wenn du dann ähm zu anderen zeiten einfach aufnimmst kann es halt sein dass du gesnipet hast einfach und das wäre halt blöd ich hoffe nochmal dass man halt einfach keinem begegnet weißt du der zufällig selbst auch am stripmine ist nur buddelst dich einfach direkt an dem vorbei das wäre schon krass ich bin ja paranoid was das angeht ich bin gerade nicht ähm kampffähig einfach ich bin grad einfach nicht kampffähig manchmal bleibe ich einfach stehen und guck ja hier wird nix sein wird höchstwahrscheinlich nischt sein aber man weiß ja nie safety first und so ich brauche ein paar mehr goldäpfel vielleicht treffe ich ja nochmal aufhöhlen das wäre ganz cool aber ähm weiß mal nicht komm schon wäre cool wenn ich in der folge noch hier das ist hier ne fackel ne aber hier ist licht hier ist ziemlich viel licht ich würde sagen unter dem gravel ist lava und das kann natürlich auch sein wenn du gravel abbaust dass der runterfällt dann landst du in der lava ich würde Zombies in der Gegend also die Gegend hier ist mir grad irgendwie echt nicht geholfen soll man kein lava durch gravel durchleuchten wo kommt denn hier das licht her na gut denn Zombies in der nähe na die Situation gefällt mir irgendwie gar nicht ich bin immer paranoid was das angeht vor allem wenn halt noch ein weiterer Spiele aufn ist da was ach ja ich werde auch gleich schon gekickt ich dachte da joint jetzt noch jemand normal tja dann würde ich sagen hat es nicht gereicht in dieser Folge Level 18 habe ich auch hier hinten ist ein bisschen okay da kann ich mich vielleicht gleich raus bauen in der Hühle und was ich gucken was da abgeht und ja da bin ich halt erstmal raus würde ich sagen mach einen schönen Screenshot und dann ähm sieht man sich in der nächsten Folge und vielleicht gibt es ja ein bisschen mehr Gold erstmal nur zwei naja dann bis demnächst das krachen und tschüss das krachen und tschüss das krachen und tschüss das krachen und tschüss